So, hallo und willkommen zur Abendschau aus Holland. Jetzt haben wir schon Frühstücksfernsehen gehabt, also machen wir mit der Abendschau weiter. Und die richtet sich ganz speziell an die Journalisten. Ich habe vor zwei Tagen ein Interview gegeben und dann hat mir der Journalist, das war eine große Sonntagszeitung, angeboten, dass er mir die Zitate, die er von mir verwenden will, zuschickt. Ich habe mich dafür bedankt und habe gesagt, dass es im Grunde genommen muss er das nicht machen. Er selbst muss entscheiden, wie er ein Zitat aufnimmt, was er davon verwendet und in welchen Zusammenhang es setzt. Ich bitte euch, liebe Journalisten, euch in einem Punkt klar zu sein. Das, was ihr aufschreibt, bleibt. Es bleibt mit eurem Namen bestehen und es kann sehr gut sein, dass irgendwann eure Kinder oder eure Enkel das lesen, was ihr geschrieben habt. Und es kann auch sein, dass sie euch fragen, warum ihr das geschrieben habt. Weil Journalisten schreiben Geschichte und ihr bestimmt die Geschichte mit. Heute ist bekannt geworden, dass in Finnland alle Maßnahmen komplett aufgehoben werden, weil es überhaupt keinen Hinweis dafür gibt, dass die Zahlen steigen. Das ist auch in Deutschland der Fall. Die Zahlen steigen nicht. Aber hier stellt sich der Gesundheitsminister hin und erklärt, dass die Menschen sich eindecken sollen, am besten gleich für mindestens sechs Wochen, weil die zweite Welle wird viel härter. In Schweden gibt es keinen Hinweis auf eine zweite Welle. Sie haben die wenigsten Probleme von allen. Die Zahlen fallen kontinuierlich. Im Übrigen gibt es auch in Deutschland keinen Anstieg der Fallzahlen, sondern nur einen massiven Anstieg der Testungen. Die Lufthansa hat verkündet, dass sie jetzt sehr viele Stellen abbauen wird. Investigativer Journalismus bedeutet, dass man Dinge hinterfragt. Sie sollten hinterfragen, warum Menschen wie Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodag oder auch ein HNO-Arzt aus Sinsheim sich so engagieren, so viel riskieren, vielleicht mit ihrer Approbation spielen, mit ihrer Praxis, ihr Ansehen gefährden, ohne dass sie was davon haben und warum andere wie ein Lauterbach, Spahn, Söder nicht aufhören, Panik in der Bevölkerung zu schüren. Wenn sie Kinder haben, wenn sie Enkel haben, dann denken sie daran, dass diese nach den Sommerferien in vielen Bundesländern Masken tragen müssen. Während des Unterrichts. Sie gefährden niemand. Sie stecken niemand an. Sie stecken sich nicht an. Denken sie daran, wenn sie das nächste Mal in ein Kindergesicht gucken, was sie mit diesen Kindern machen. In drei Bundesländern werden Kinder, die positiv getestet sind, in Einzelquarantäne genommen. Teilweise wird überlegt, ob man sie ihren Eltern entzieht. Die Journalisten entscheiden darüber, was Menschen glauben. Und das wissen sie. Sie haben die größte Verantwortung. Die Menschen sind darauf angewiesen, dass ihnen Journalisten die Wahrheit sagen. Meine Kinder und meine Enkel werden mich nicht fragen, warum ich nichts gemacht habe, als ich gemerkt habe, dass hier eine gigantische Lüge und ein gigantischer Betrug besteht. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin Arzt. Ich arbeite wissenschaftlich. Und ich habe eine große Reputation. Gerade was Schwindelerkrankungen angeht, gehöre ich zu den angesehensten Experten auf diesem Gebiet und betreue Patienten aus aller Welt. Und wenn ich sage, aus aller Welt, meine ich aus aller Welt. Das mache ich deshalb, weil ich wissenschaftlich vorgehe und weil ich Menschen genauestens untersuche. Dadurch konnte ich schon sehr vielen Patienten zu einer richtigen Diagnose verhelfen und ihnen helfen, dass sie wieder zurückkommen konnten in ihr Leben. Ich mache mir das nicht leicht und ich stelle mich nicht gerne in die Öffentlichkeit. Ich würde erwarten, dass sie das für mich tun. Ich möchte, dass sie in den Spiegel schauen können. Können sie in den Spiegel schauen? Ich kann es. Ich kann gerade stehen vor meinem Gewissen und ich kann vor anderen Menschen gerade stehen. Können sie das? Wenn sie es nicht können, dann ist jetzt der letzte Zeitpunkt gekommen, wo sie das Ruder rumreißen können. Wenn sie Journalist sind, fangen sie an, die Wahrheit zu schreiben. Ich bitte sie darum. Guten Abend.